Ein wunderbarer Toon! Aber jetzt ist er mit so einer... ...ist ein Killtyp wie... Ich sehe dich! Vergesst mich in ihre Haut! Ich habe mal eine nette Lokikbombe! Das ist wirklich schwer! Oh nee, ich habe ihn schon wieder... Also, wie soll ich den noch kennenlernen? Ich schreibe es! Wir töten dich! Ich habe eine Idee! Es ist eine Tarnung! Muss der Drecksack hin? Die Züge haben ja nie gereicht sein! Sie denken nicht mehr nicht mehr! Okay, Tarnung war keine Nase. Dieser Entwickler ist dann im Ziel, von hier zu den Adern... Ungenade Tod! Der Gesichtslose Tod! Volle! Der Gesichtslose Tod! Der Gesichtslose Tod! Der Gesichtslose Tod! Der Gesichtslose Tod! Der Gesichtlose Tod! Aaaaaaaaaaaaaaah! Falt über sie her, wenn wir alle wissen sollen! Ich sehe dich! Ja, wir können dich sehen so einfach. Aua! Schatten ist zweifels! Ungeleinender Tod! Das ist unser tausendfaches Hirn. Was uns töten, meine Stärker sind. Der gesichtslose Tod. Laser. Ich kann mich in Ihrer Haut. Ich hab' den Schein und ich! Viel Spaß! Unter Todeschein mit uns! Unter Todeschein mit uns! Wir haben die alle nicht betrunken. Auf jeden Fall, dass wir jetzt mal das Tätsel zusammen sind. Verdeckte Betrug'n! Das wird jetzt die Verteidigung der Werteidigung sein. Ich sehe dich. Das ist die Verteidigung der Werteidigung. Die Werteidigung. Die Ender. Die Stattung der Werteidigung. Und der Tod. Die Waffe! Weiß es! Zumindest werde ich nicht lange... ... werde ich sehr lange durchhalten. Der gesichtslose Tod! Verfeckte Bedrohung! Ich sehe dich! Geht mich in die Hauz! Denk ich mich in die Hauz! Schrappe! Weiße! Hau du ab! Schatten des Zweifels! Ungenannter Tod! Ja, soweit waren wir auch schon aus der Grenze in DOS, um ihn zu... ... erledigen! Der gesichtslose Tod! Aber trotzdem... ... tipp! Schüttes Spiel, ähm... Verfeckte Bedrohung! ... 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 Ja, anscheinend darf ich wirklich wieder alles nach vorne machen, weil's ja so super toll war. Ah, das ist Dato. Und anscheinend wurde das auch schon wieder verändert. Ja, warum auch? Los. Ja, das ist Dato. Und einander Tord. Ich habe ihm dieses Leifels. Ja, das ist Dato. Ja, das ist Dato. Ja, das ist Dato. Ja, das ist Dato.